So, und das Highline in der ganzen Sache, ich will euch was zeigen, ich will euch was zeigen und was ist, ich trampel so dermaßen in die Scheiße rein, mit beiden Schuhen und dann noch zusätzlich meine ganze Hose versaut, ey. Hallo und willkommen zu diesem Video, hier wurde mal das Schulgespenst gedreht, wer den Film kennt, wurde auf jeden Fall hier das Schulgespenst gedreht, vielleicht kennt das ja der ein oder andere, ich weiß es ja nicht. Ich hatte ja mal auf dem neuen Kanal mit Lost Place und so vergessenen Orten und sowas angefangen, das ist zum Beispiel auch eins davon. Hier haben sie ein Schlossgespenst gedreht, das war früher mal eine DDR-Schule, dann ein Schlossgespenst gedreht, dann wurde es nochmal zu einer anderen Schule und dann ist jetzt leider nichts mehr drin, steht leider schon seit Jahren leer, ja, seit Jahren leer, leider. Ja, ihr könnt mir ja mal was von Bildqualität in die Kommentare ballern, auf jeden Fall war das eine schöne Schule gewesen, äh, ich könnte zwar auch einen Namen verraten, aber das lasse ich mal, damit nicht irgendwelche Schlauberger deiner Meinung sind, wir googeln das mal. So, und das Highline in der ganzen Sache, ich will euch was zeigen, ich will euch was zeigen und was ist, und was ist, ich trampel so dermaßen in die Scheiße rein, mit beiden Schuhen und dann noch zusätzlich meine ganze Hose versaut, ey. Okay, ich wollte jetzt eigentlich noch was anderes drehen, aber das hat sich jetzt erstmal dafür für mich erledigt, weil ich jetzt erstmal nach, nein, du fährst selber, auch Sophia, nicht schon wieder, das hat sich jetzt für mich so dermaßen erledigt, jetzt kann ich erstmal heimgehen, entweder mich umziehen oder meine Klamotten waschen, aber da es in einer halben Stunde dunkel wird, ist das umziehen eigentlich schon loslatschen nochmal sinnlos. Bis ich daheim bin, jetzt, da geht auch nochmal ein bisschen Zeit, ach, das passt mich heute überhaupt nicht, naja, gut, was habt ihr so heute gemacht, Freunde, heute ist ja Update-Tag, ne, 22 Uhr kommt das Video, oder was gesagt, startet der Livestream, ja, startet der Livestream, also ich bin wirklich mal gespannt, was da alles rumkommt. So, gibt es sonst noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht, wa? Ja, hier ist meine neue Rennmaschine, sportliches Gerät, 500 PS. Hier seht ihr mal mein schnittiges Fahrrad in der Nahaufnahme, ist auf jeden Fall sehr sportlich, gute Bereifung, dein Fahrrad, ist das wirklich dein Fahrrad? Sportliche Bereifung hier, LED-Rückleuchte, hier, Spurverbreiterung, guckt mal, guckt euch diese Spurverbreiterung mal an hier, guckt euch mal das an hier, Junge, da wird auch jeder Autobesitzer neidig. Vorne schmal, hinten schön, bullig, guckt mal, wie tief das ist, oh, guckt mal, wie tief, oh, das ist doch schnittig, da kommt doch Freude auf, wenn man das Kfz zieht, hier vorne eine schöne, dein Fahrrad? Ja. Warum kletterst du dann da oben rum? Ja, dein, dein? Ja, schnittiges Kfz, lackierungstechnisch 1A. Warum kletterst du dann? Ja, schnittiges Kfz, lackierungstechnisch 1A.